Weltmeister gegen Fußballzwerg. Vor dem Startschuss zum Konfettcup steht für die deutsche Nationalmannschaft noch die Pflichtaufgabe gegen San Marino an. In der WM-Qualifikation will Bundestrainer Joachim Löw trotz seines Perspektivkaders eine weiße Weste bewahren. Bei allem Respekt für San Marino, morgen geht es ja einzig und allein darum, wie wir die Sache angehen und nicht wie San Marino spielt. Alles andere als ein deutlicher Sieg am Samstagabend gegen die Nummer 204 der Weltrangliste wäre tatsächlich eine böse Überraschung. Im Hinspiel gewann Löws 11 mit 8 zu 0. Vor über zehn Jahren feierte Deutschland beim 13 zu 0 den zweithöchsten Sieg seiner Geschichte. Richtig ernst wird es für die deutschen Weltmeister wohl erst wieder ab dem 19. Juni. Dann steht das Auftaktspiel bei der Mini-WM gegen Australien an. Beim Konfettcup kommt was anderes auf uns zu. Es sind Mannschaften, die wirklich auch international sehr, sehr abgezockt sind und die natürlich auch wie Schiele zum Beispiel ein unglaublich hohes Niveau haben in jeglicher Hinsicht. Das unliebsame Turnier sieht der Bundestrainer mittlerweile als wichtigen Zwischenschritt auf der Mission Titelverteidigung 2018. Gegen San Marino kann sich der neu zusammengestellte Kader aber erst einmal warm schießen.